Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Hardline. Hier dabei ist Lukitor und Worslow. Mein Handbrot ist immer viel schöner. Ich musste sie neu starten, weil ich zu blöd bin, Hardline auszusprechen. Ich weiß. Vielen Dank. Was wolltest du denn nicht sagen? Was wollte ich sagen? Hier ist ein Sniper. Ja, rat mal, wer das ist. Ich nehme mir eine coole Waffe. Ich bin schon nach Position. Ja, wo denn? Am Dach. Man kann es ja versuchen. Oh, das ist ein G. Verdammt, ich wollte Granate aufs Dach werfen. Da springt einer vom Dach runter. Ich laufe mit der Pistole hinterher direkt in meine Granate. Also sie fällt mir quasi auf den Kopf. Warum auch nicht? Du, äh, da gibt es einen Haufen Gründen, warum nicht. Ja, Lukas, hier ist auf Team-Mates. Ich bin gerne auf Team-Mates, ich bin auf dem Hardcore. BOOM! Aber ich kann mich selbst treffen. Äh, äh, Space. Du sagst BOOM und ich krieg einen Beinschuss von Lukas. Bein? Du hast mir voll ins linke Bein geschossen. Mein Leidmann, der ist explodiert. Du kannst bei mir spawnen mir mitgegeben. Ich finde das, danke. Da ist gerade einer gekommen unter mir mitgegeben. So, ich bin mal da, feeling good. Wow. Du, 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 halt dein Mauer. Welche Drogen nimmst du? LSD, JNG, HSC, HTC, LMG, HTML, GL96, M82. Sven, ich komme. Nee, der nimmt mich. Der macht einfach das kaputt. Sven nimmt sich, Sven lübscht einfach seine Fieber. Der so krass ist. Okay. Nein, eigentlich hatte ich, äh, Malte kam mit der Seilrutsche angerollert und... Eingerollert. Eingerollert. Das war so ehrlich. Kommt der nicht angeallt, kommt der ganz falsche Seite vom Dach. Ich habe vergessen, die Leerdaste zu drücken. Das ist unsere Basis. Hier sind wir falsch. Ich, ja, hier sind wir falsch. Bitte biegen Sie nach der nächsten Kaution, rechts. Das hört uns nach drei Minuten auf. Ich habe den Gegner erst mal gespottet. Ich bin vom Dach gesprungen, habe einen 360 gemacht und habe den Fallschirm nicht geöffnet. Ich habe zwei Gegner gefunden, ich habe zwei Gegner gefunden. Aber ich finde sie nicht mehr. Nice. Oder? Oh. Wohingegen die lebt da, äh, ist da einer? Boah, ich habe einfach Verdacht hinterher geschossen. Und vielleicht... Warte, vielleicht hockt da noch wer, aber null war nichts. Hier sind wir auch nicht richtig. Okay, du bist hier... Steht gerade 4 zu 0, oh, krass. Ich könnte auch mal runter springen. Ich finde kein Gegner. Ja. Huuu! Ich bin jetzt. Okay, du bist da! Das tut mir leid, mal. Tut mir leid, ich glaube ich komme zu. Nee, nee, das ist doch Gegner, das ist Selbstmord. Das hat jetzt eine HP. Sehr interessant. Oh, danke. Ich habe schon die Konsol aufgemacht. Geiler als Karie. Ich kriege mal hin. Nein, ich will kein Medikist. Bin nicht, ich will ein Medikist. Ich werde gleich mal medikit. Jetzt liegt er vor der Tür. Kann medikit werden? Was ist der Typ? Malte. Nee, jetzt will ich wieder keins. Kommt man wieder aufs Dach. Aufs Dach? Du bist alleine hier. Nee, da kriegt man nicht so viele Kills. Ja doch. Ihr könnt mich abholen, wenn ihr wollt. Ich bin auch ein freier Kill. Wenn ich mal hier hochkommen will. Das war natürlich so geplant. Ja okay, ich habe keine Granat mehr. Dieses Blut am Rand ist sehr super. Hilfe! Boah verdammt. Ich wusste, dass Lukas das ist. Er ist echt auf dem Dach. Er hat durch Glas geschossen. Das heißt, er ist auf der anderen Seite von meiner Leiche. Hui, ich habe gerade zwei gekillt. Er gibt mir einen Headshot. Sag mir das doch. Nee. Wenn ich ganz rundherum geguckt. Egal, 5-3. Das ist aber halt, wenn du den Kopf rausstreckst. Ja. Ich war auf der Treppe. Mal ist da eine Schildkröte. Ja, wie die folgenden Dings, ne? Mal ist Ninja Turtle. Ja, ich bin ein Ninja Turtle. Aber die sind hässlich. Wahrscheinlich eher Ninja Turtle. Aber die sind hässlich. Ja, ich bin ein hässliches Ninja Turtle. Ja, das ist. Ich bin ein Team-Mate von der Ruhe. Ja. Ich meinste, er ist direkt hinter dir gestorben. Malte, wir müssen echt was gegen unternehmen. Ich bin sogar unten gespawnt, aber dann... Ich dachte, du deckst mich, weil du vor mir bist. Ja. Ja. Ja, dann müsstest du nur Muffel von vorne decken. Erstmal mal gezien. Erweiterung. Er testet man hier schnell. Dann kannst du noch mehr Leute töten. Ja. Piu. Genau mein Ding. 5-3. Oh, hier schieß du wieder. Po, alter. Hätte ich jetzt den Marker bekommen. Wäre ich fast gewesen. Hast du aber nicht. Noob. Wir könnten auch mal Objekte für spielen, weil wir eh nur 6 Teile da haben, aber... Wie habe ich ein Medikids? Ähm, G. 3. Ich hab ne... Warum hab ich ne Gasmaske mit? Höh! Hey, wie kommt denn der da hoch? Laufen. Ein Kletterhaken. Was fällt ihm ein, dass er ein Kletterhaken benutzt hat? Hat er sogar laut gerufen. Äh, oder... Ich hab... Säuwe... Oder irgendwie sowas. Ich hab das zumindest gehört. Oh, hier liegt seine Waffe. Eine grüne. Schaltkreis ist das hier. Ja, Schaltkreis hab ich auch. Ja, liegt ja deine Waffe da. Worte. 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 Knödel. 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 Höh! Hat Knödel gesagt. Ich hab... Egal. Warum ich eigentlich noch kein Visier für diese Waffe? Ach, Luca hat 15 Prozent. Ursa? Auf'n Dach. Auf'n Dach. Da, wo er ever campt. Wo unserer Basis. Hm. Es ist eh tot. Ja, ja. Alter, was fliegt der für Mollis? WTF? Der Wollis am Doom-Netz. Die kommen von hinten. Hä, hä, ich bin aber tot. Ich bin bald schon mal tot. Oh, ne, kannst du nicht. Alle, die dieses Video sehen, können mich gerne anrufen. Unter der Nummer 0660 414 893. Nein. Nein? Okay. Ich hab jetzt quasi sowas, was du die TSIP oben im Chat vorliest. Nee. Ich... Ich... Ich hab kurz deswegen gesagt, um mich spielen, um echt zu sagen. Und dann hab ich echt gesagt, aber... Dann hab ich sie mir auch überlegt und hab irgendwas falsch gelaufen. Jajaja. Es ist eine wahre Nummer. Oh bullshit. Wahrscheinlich war das eine Kontonummer mit seiner Handy-Nummer gemischt oder so. Konto-Nummer, Pin-Code, Kreditkarte, alles. Aber alles schön reinvoll. Obwohl das den Schlüssel hat. Wow. Österreicher. Er ist viel gescheiter in Schlüssel. Den kann man verlieren. Ach komm. Ja, ich komm wieder. Hier verziert als Kill-93. Wow. Belebt er mich wenigstens? Nee, oder? Oh doch. Sehr freundlich. Kriegst du auch ein Mid-Kid, wenn ich eins hätte? Hallo. Hallo. Ist das einer dran? Ja. Noch einer. Einen hab ich. Nicht kräftig. Gibt ein hunderter. Uhuhu. Beziehungsweise nur 60er. Hinter uns, glaub ich. Oh. Ich renne einfach zu einem Dresor. Ich weiß nicht, wieviel ich aufgehoben hab, aber ich renne einfach rein. Alter, dieser Fagli-Baddle. Ich dachte, du sagst, es ist Fagli-Fagli. Du hast doch einfach eine hässliche Affengeburt. Geburts. 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 Ich möchte das einfach nicht verdient zu gehen. Ach, das war der Kollege, der da rumkämpft, okay. Ja, genau. Der stirbt mich voll. Ich will da rumkämpfen, nicht der. Er ist festgenagelt. Alter. Alter. Ich kenn's glaub schon zu 5. Mal hier hoch. Leul, man kann sich auch während der Seil, während das Seil hier quasi rum baumeln, kann man sich auch dranhängen. Okay. Letztes Wort, was ist los von wo? Ja, Lukas ist oben da, wo wir vorhin am Ende gestorben sind, letzte Runde. Okay. Einfach schon Nemesis gegen mich. Unglaublich schlecht, die Sorge. Malte! Hehehe. Sehr schön. Was bist du für ein Mensch ohne Spaß? Für Dirkton bitte einmal Malte deponieren. Dankeschön. Und um dieses Video. Hehehe. Das kannst du nicht bringen, nicht in deinem Video sagen. Natürlich kann ich das so ein Video sagen. Der hat das ja extra fürs Video gesagt. Denken Sie sich, die Leute. Im Gegenteil. Ich mach genau das, was er nicht will. Hehehe. Wenn ihr das macht, dann rufe ich euch zu Hause an. Und dann kommt der und vergewaltigt euch. Hehehe. Hehehe. Sowohl ich werde es nicht sagen, aber sowohl ich meine. Hehehe. Ich hab gerade so mega hart in meinem Handy. Ich hab das jetzt so wehtun. Hehehe. Guck, jetzt die Polizei kommt schon. Oh. Malte, der ist da. Bei meiner Leiche genau. Ja. Wo ist deine Leiche? Das ist schwarz-weiß geworden. Da ist deine Leiche. Oh Gott, Malte, das ist ein RPG glaube ich. Nein. RPG V7 bitteschön. Übrigens habe ich noch... Was? Nö. Ich hab aber kaum noch Prozent. Deswegen würde ich gerne Meat Kit nehmen. Ja. Schönes Meat Kit. Ich hab gerade abgelaufen. Ich hab gerade abgelaufen. Nein, kein M23. Ein M23. Hehehe. Kannst du sagen, mit solchen schlechten Menschen, was dieser Baby hat? Ja. Ich finds lustig. er du bist ein guter Mensch denn aus wenn es gibt nachher ich möchte ich mich für so viele Menschen gut sein das geht mitbringen ich hatte ja Lukas eigentlich nur er ist positiv Kronauer ich werde die 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 Sachen ich würde immer noch mit gebrauchen an sich es wird praktisch er ist ein erhältlich gerade verschneiden wir aus der Abitur nicht auch nicht wie schneiden doch Lukas ist wieder oben lol was wo kamst du auf einmal her ich stand da die ganze Zeit ich hab dich nicht gesehen oh man ohne Spaß man ich hab keinen bock mehr auf dich Sven erst lacht da und jetzt hat er keinen bock mehr drauf ich hab's gesehen ich hab's auf Aufnahme ich lag hier einfach und hab das drauf wenn das du machst dann geh ich einfach raus man ohne Spaß das macht dann auch keinen Spaß mit euch das ist ja gut immer so asozial das ist mit diesem Spiel ich habe ich glaub das ich glaub asozial geht gar nicht mehr im Spiel hey du holst es auf dem Dach aufs Dach ja aber wenn ihr die ganzen im 30 rum campt das hat kein Leben warum treff ich ihn nicht hä ich hab ne RPG malte der ist äh wieder Richtung uns im Blick no das kannst du nicht bringen ohne Spaß jetzt kann ja mal hier die Vektors probieren ne Skorpion heißt das Ding kannst du mal hier ne Waffe die nicht hoch explosiv ist mitnehmen eine nicht hoch explosiv gibt's das du bist in deinem Inventarbesitz ne hab ich mir noch nicht gekauft ich nehm hier den Kollegen mit ja Malte weck mit das scheiß RPG Sekunde mehr und du wärst tot nicht immer ne Sekunde ich war schon am drücken aber dann war ich im Todesfenster so Todesfenster ist schlecht Malte sind wir nicht in Ordnung wissen wir was von dir nehmen wir müssen den Tresor verteidigen alle Einheiten brauche auf das Schutzbekehregebet man sieht das auf dich geschossen wird oh da oben sind welche 3 ich glaube hu 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 ne ich kann dich nicht treffen sorry ah macht nix alles am explodieren ich könnte mal wieder ein Mitglied na dann halt nicht ich finde Munition in Hardland ziemlich unnötig weil man einfach an die Munitionsstrecke gehen kann ja muss halt wissen wo dir ist ah aim das war grad mein aimbot erstmal so ein ganzes halbes Magazin verballert ein ganzes halbes Magazin ja das heißt die Hälfte ist mal keine Ahnung ich hab keine Muni Anzeige das war geschätzt vielleicht doch das ganze Magazin boah das waren alles nur da ist einer da ist einer Sven ich wollte dir noch sagen pass auf NEIN wurde ich gerade abgestaubt ja ich glaube so kann man das nennen ich wollte dir sagen da läuft einer aber ich naja Sven Nein also so ich jetzt auch nicht sagen 360 oh sorry stimmt das regeneriert sich ja nicht warte ich hab ne Idee du jetzt bist du aber wieder voll das war ein Headshot mir hat er auch einen Headshot gegeben malte biegt einfach ab der Gegner guckt hinter der Säule hervor ja ich bin ja extra abgewogen weil ich ihn gesehen habe aber er hat mich trotzdem umgebracht weil er dachte so ne ich geb ihnen ein Instant Headshot wer denkt das einfach so krass ist das ah die sind an unseren Tresors Sven Achtung nicht gucken ich hab schön reingeguckt oh er hat nen Schlachtgang ich werde beschossen da liegt Feuer wo du liegst aber Julo ist weg bitte ich steh auf und sterbe du hast mich getrimpelt ah was ja ich hatte grad nen Leck ich bin tot ich leb gar nicht ach so cool ich mag die G17 Race Pistol die ist richtig geil wenn ich Race Pistol Sven oh da ist ja noch einer drinnen warum punishst du mich wenn ich dich belebe und du in der Molly irgendwie tot bist auf einmal eigentlich war das nur so etwas verwandt jetzt kann ich nicht mal bei dir spawnen oder was doch kannst du ne kann ich nicht ja dann spawn ich halt nicht bei dir böse ich musste Leute töten 17 8 ii uuuuh verdammt Lukas von u? ich weiß nicht irgendwo Richtung Haus ich liebe diese Angaben hohohoho Richtung Bank ich hab schon wieder Schaden bekommen von irgendwas hochexplosiven ja dann ich hab 12 Plan Medik zu nehmen unser Tresor unser Tresor unser Tresor Planatwerferzeit hau hau jetzt hatte ich schon wieder ein Leck komisch Lukas hörst du mal auf mich zu killen kann ich dich punishen ne schade soll ich ganz schwierig bei dir spawnen weil es denn im Gefecht ist ja ne eben konnte ich das ich konnte eben einen Molotow spawnen ja weiß ich mal wie es funktioniert achso ja ok ok könnt ihr aber echt mal gebrauchen dass du bei mir spawnen meintest ja jetzt bin ich bei unserem Tresor oder auch nicht ok 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 kein Problem digger ja der klaut jetzt das Geld ich bin nur am Leben ok ich bin nur am Leben aber irgendwie wirst du bei mir unten im Skrott als tot angezeigt ja war ein wenig komisch gerade bei ich werd mir nämlich selber auch als tot angezeigt malte warte ich hab ne Idee wie ich das reparieren kann nein punishst du mich nicht ok ich hab kein Milch jetzt das weißt du ja ja oder ja wenn du mich defies ne hab ich ja warte mal ich hab ne bessere Idee dann können wir gucken wenn Lukas kommt ok ich sag dir wenn er kommt ich hab irgendwas ausgewählt einer dieser Fallegarde ist so hässlich ganz ruhig hast du hier grad geflamed ne ich bin runtergefallen da war irgendwo einer sieben Prozent sieben Prozent sieben Prozent sieben Prozent sieben Prozent und ich komm und ich komm Lukas ein finaler Showdown das wenn ich kann nicht mehr weiter spawnen jetzt habe ich wieder keine 2kd mehr weil ich mir so am Ende denke ne ich fall vom Haus und springe an den Gegner rein und treffe ihn nicht wo bist du denn bald unser Tresor da sind Leute werfe eine Brandgranate zurückbleiben ich krieg die doch von na die Killten ihn jetzt habe ich jetzt ein 18 oh ich wurde belebt weg hier ich renne einfach nur noch weg ich wurde auch getötet was ist ich ich wurde gekickt bitte?